moin moin meine lieben youtube zuschauer willkommen zurück zu lost in random und wir befinden uns jetzt auf dem weg zur wahrsagerzelle bzw sind fast da und wollen die drei fäden abgeben ich glaube das müssen wir machen richtig angucken wir müssen zur teppich leserin zurück und ihr diese fäden geben und dann kann die uns glaube ich bei irgendwas helfen wollen ja zu diesen zu der bestimmten wahrsagerin und ich glaube dabei kann sie uns locker helfen muss alles mitnehmen damit wir schön die ganzen karten später noch kaufen können ganz anders klappt wie ich mir vorstelle so die alte teppich leserin gucken was sie sagt sonst löschen ich habe alle drei pin leck me see young one ah the purple thread from your enemy you have a dice and you have to decide what you do with that power and you saved someone who done you harm didn't you oh it seems to me at least in that moment you thought everyone might deserve a second chance and this blue thread from the two friends not a happy story there with a friendship and a dice both dead but there's some joy in it too isn't there the old dice wielder made peace with his past and in doing so found a new motivation for the present and this red thread from the woman in love and this red thread from the woman in love one can never fully depend on someone for one's own happiness isn't that true we can't lose ourselves in someone else we have to be our own people no matter how much you are and this red thread from the woman in love but this red thread from the woman in love you're a long way from one town young one you are lost but you haven't realized yet that your story goes on whether you care or not look um i'm glad you like your rug but i'm i'm really just looking for someone named uma if you are so certain that is what you want look here closer but it's just a rug i don't see anything sometimes to see things as they truly are we must look within oh was passiert jetzt verloren random okay also ich glaube diese uhr die soll doch nicht die ganze zeit ticken oder ist doch nicht normal pass mal auf wir gehen mal zum hauptmini zurück weil die tickte ja schon das ganze letzte spiel durch das kann ja nicht sein die muss da oder tickt das die ganze zeit hier so nochmal spiel starten gehen wir mal vier wog mit stört das ein bisschen dieses ticken also ich kann mir vorstellen dass das irgend so eine macke war und deswegen die ganze zeit getickt hat oder tickt das da in der stadt die ganze zeit so das können wir springen haben wir gesehen ja guck mal tickt nichts mehr mein gott und ich habe das echt die ganze zeit gab es aber in der letzten folge auch durchgetickt wie nervig war das dann besser so steht denn da drauf long ago in the land of random there was a wonderful witch in a terrible queen everyone had a dice with which they could control their destinies the witch with her magical dots gave every dice tremendous power it was chaotic but fair horrible but beautiful it was life okay okay but sometimes there were disasters one day a new queen came to power and she decreed her dice should be the only one the queen hunted down all the dice in random tearing them from their wielders it was a war and she won but still she was not satisfied hmm she turned against the witch so desperate was this queen to find and control the secret valley from which all dice came the queen destroyed forberg searching for her but the wonderful witch was clever and she escaped to her dice's valley shrouding her way behind her to this day the witch stays hidden and the queen searchers for any sign of her though they both know she will one day return and help the dice wielders do the same bin ich glaube ich Das ist mal ne hässliche kröte Ich bin Uman. Ach so. Hallo, ich bin, ich bin... Du bist even. Ich bin sicher, dass du viele Fragen hast. Auf jeden Fall. Woher kennst du meinen Namen? Dein Kind ist so klein. Und deine Leben ist so klein. Es fühlt sich manchmal so schrecklich zu lernen. In den Vorbereiten, ich produz die Pips für die Dice von dem alten. Alle Knoten auf dem, kam von mir aus, und es gab ihnen großartig Macht. Es gab viele von uns dann. Die König haben uns alle. Alle, außer mir. Weil ich seit Jahren, Jahrzehnten... Und jetzt, du wirst mich verurteilen. Hä? Du bist also schuld, dass 4 statt zerstört wurde? Hast du dafür gesorgt, dass Dicey und ich uns begegnen? Ich kämpfe nicht mehr gegen die Königin. Ich gehe nach Hause. Meine Schwester, sie ist verloren und böse geworden. Nur, wenn du sie glaubst, sie zu sein. Was ist es, das du willst? Hm, was will ich denn eigentlich? Ich will nach Hause. Ich will, dass der dicke Fisch kriegt, was er verdient. Ich will, dass alles wieder so wert wie früher, bevor die Königin nach Einswelten kam. Ich will meine Schwester zurück. Du bist und sie sind wie zwei Dice auf einem Dice. Aber es ist noch nicht gesehen, wenn du ein Gesicht verhältst. Ich will, dass du ein Gesicht verhältst. Ich verstehe das nicht. Du bist hier verloren. Du bist verloren, verloren, verloren. Aber ein Fakt bleibt. Manchmal musst du deinen Weg verlieren. In order to find your Weg. Ich gebe dir die Dice, die du und Dicey brauchst. Oh, lecker. Das ist super von dir. Deine Augen öffnen. Deine Augen öffnen. Deine Augen öffnen. Guck mal, jetzt können wir zu Sigma gehen. Da kannst du sie raufballern. Das ist noch einer. Danke dir, Uma. So, Siebener besuchen. Da muss ich sie ranbasteln. So, bringen wir hin. Schnellziehung, okay. Lass mal schnell hinlaufen zu ihm. Hopp ich... Okay, war klar. Du musst uns auswählen, Dicey. Wenn du es da hinfährst, brengst du einige Roboter. Okay. Alter. So. Na gut, müssen wir uns hier wieder rauscampen, ne? Nein, das hätte ich mal was anderes machen sollen. Na gut. Den behalten wir da drin. Okay. Alter. Da haben wir auch ganz schön fiese Kämpfe gerade hier. Okay, wir müssen die Eddie killen. Okay. So, brauchen wir ja was Praktisches hier. Das kann aber nicht sein, dass wir den Schrott bekommen. So gibt es immer gut. Und warum? Ja. So, pass auf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh. Alter! Mal würfeln, würfeln. Leben. Ah, der Hammer ist gut. Ja, und gefällt dir noch ein Hammerschlag? Oh. Okay, er ist weg. So, brauchen wir schon Leben jetzt hier. Warte mal, wir können uns auf jeden Fall ein komplettes Leben geben, ne? So, das müssen wir auch machen, leider. So. 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 Now. Na? Oh, um die Fünf. But if I win, I get Bruno Betts. Ladies and gentlemen, you heard the little girl, she wants to gamble. She thinks all she needs is a dice to beat me. I had a nightmare last night, you know. I lost a bet. But when I woke up, I knew that was impossible, because the high roller never loses. I won't have mercy on you this time. Oh nein. Insolence. Insolence. Okay, that's the fall. We're going to do something here. Oh, come on. Den nehme ich. Und den nehmen die Lanze. Wir bleiben uns auch. Genau. Oh. Oh, okay. weg wir müssen leben haben auf jeden fall wir haben jetzt vier da haben wir sogar sechs dann können wir auf jeden fall uns mal ein bisschen leben geben mit dem hammer der gerechtigkeit ich kann nicht warten, dass du in diese Brüder mit dem Brüder das ist was die Vorstellers sehen ich mache das Ich mache das Geld! Ich mache das Geld! Wenn ich die von hinten jetzt angreifen, mit einem harten Schlag? Was ist das? Ich fühle mich ein Gefühl von Vorwärmung. Stopp! 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 Oh! Oh! Warum wollen Sie nicht verlieren? Lass und werden immer wieder vergessen! Ich habe das Geld gemacht! Okay. Wie bräuchte ich hier irgendwie was? Oh, 5 waren wir schon. Nämlich Schleuder. Und das Schwert. Und wenn wir schon da sind, dann nehmen wir das Leben gleich mit. Und dich nehmen wir auch noch mal hier rein. So, dann wollen wir mal gucken. Ah. Oh. Hier auch noch oben. Nee. Da. ist dann könnte ich leichter besiegen also das andere teil da kommen schon so dicke fisch beschwöre eine würfelunterlage ach so war es das da ist der hingefallt der fisch go Bruno, mein Bruder! Bruno, mein Bruder! Ich wusste, dass du mich zurückkriegst. Du hast ihn sogar sogar saved. Und in exchange habe ich dir eine Reise durch den Bruder. Und Bruno kann dir sagen, dass ich so gut wie meine Worte. Oh, das ist das. Dann ist sie nur dir. Aber was, wenn den, den du liebst, nicht gerettet werden will? Hör zu! Ich habe immer zu ihr aufgesehen, aber sie war nicht die, für die ich sie heil hielt. Oh, schnief! Es war eine wunderschöne Pause. Und ich fühlte mich, es zu erfüllen. Haha! Tut mir leid, reden wir über etwas anderes. Lass uns über Uma reden. Sie hat gesagt, früher hatte jeder seinen eigenen Würfel. Weißt du noch, wie das war? Wofür haben die Leute ihre Würfel benutzt? Nur fürs Kämpfen? Boah, krass! Um Häuser zu beschwören? Klingt, als gäbe es endlos viele Möglichkeiten. Was ist mit diesem Viermann? Er ist so etwas wie ein abschreckendes Beispiel. Er hat seine ganze Identität auf seine Sache ausgerichtet. Genau, ein dicker Fisch. Und als er dann nicht mehr der dicke Fisch war? Deshalb gibt es mehr, als immer nur der Beste zu sein. Ich will nur meine Schwester retten, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Du rollst und spielst gerne? Das ist ja toll. Hahaha! Ich weiß nicht, was die Königin will. Von vielen Kindern mal abgesehen. Warum hast du mich noch nicht sitzen lassen, Dicey? Meinetwegen hast du auch dauernd Ärger. Du bist auch mein Freund und Freunde helfen einander. Das reicht fürs Erste. Dieser Beutel ist irgendwie riesig und unheimlich, oder? Vielleicht wird es etwas weniger geruselig, wenn wir uns unten sehen. Verlorenen Random. Oh, hier sind ein paar Geister drin. Ich weiß, Dicey. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Hm, das kann gut sein, aber wir reden erst beim nächsten Mal mit den ganzen coolen Geistern. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert es und haut auf die Glocke, damit ihr die Videos immer rechtzeitig bekommt. Und ja, beim nächsten Mal machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.